Ja, das ist so. In den alten Bundesländern hat man, wenn die Bundespartei bei fünf Prozent steht, hat man keine Chance in einen Landtag zu kommen. Das ist in Hamburg und Bremen noch was anderes. Das sind Städte, da gibt es auch eine andere kulturelle Komponente, da sind wir auch ganz anders verankert. Aber in einem Flächenland, da können die noch so toll sein, hat man dann keine Chance. Deswegen muss es darum gehen, dass die Bundespartei wieder Fuß fasst, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen und nicht, wie eben gesagt, also vor allen Dingen auffallen, indem wir untereinander streiten, indem die Linke um verschiedenste Dinge sich auseinandersetzt und nicht die zentrale Frage, nämlich sozialen Zusammenhalt, Verteilung in Deutschland. Wir haben vom Wähler im September vergangenen Jahres die Aufgabe zugewiesen bekommen, die soziale Opposition zu sein. Wir haben die Ampel, wir haben die Union und die AfD als rechte Oppositionsparteien und wir haben die Aufgabe, von links die Ampel zu kritisieren und da gibt es nur wirklich genug zu tun. Das wäre unser Job und ich hoffe, dass wir das wieder annehmen. Das ist eine Frage, die an alle in der Partei geht und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr, da ist die Berliner Wahl zum Beispiel eine große Chance und auch die Wahl in Bremen, dass wir wieder Fuß fassen.